Hallo zusammen, zum nächsten Part, äh, Aion, wieder mit AidanterFTV, und, ähm, wir wollen uns diesmal, wir wagen uns etwas, wir sind ganz mutig, wir machen nämlich eine Quest für Level 13, obwohl wir Level 11 sind. Mach dein scheiß Soundboard aus! Wobei wir sind eigentlich, also ich bin jetzt schon fast Level 12, also das haut wohl hin. Ja, ich bin auch so, so, so Millimeter kurz entfernt von Level 12. Gut, ähm, ich, äh, flieg mal gleich los, ne, wenn du, äh, nichts dagegen hast, ne. Wir müssen, glaub ich, in die Richtung, oder? Was war das jetzt hier? Ja, ungefähr in die Richtung. Ja, und, und dreh dich weiter, dann, dreh dich noch weiter, und noch einmal, dreh dich ruhig, ne. Wer, ich? Ne, ne, die, die dreht sich immer so im Kreis, wenn sie fliegt, jetzt schon wieder. Warum machst du das? Ja, dann kannst du mal schnell in der Luft stehen bleiben, dann kann man dir so schön und das Röckchen gucken. Ja, klar, kein Problem, wieso nicht, ne? Ey, ich hab auch gar nicht so eine Rolle gemacht, ja. Ja, ja, das ist, die ist ganz cool, ne. Und, ähm, gleich sind wir hier, äh, in einer Gegend, wo man nicht mehr fliegen kann. Also, man kann nicht an jeder Stelle, an der man Lust hat, fliegen. Hier zum Beispiel jetzt nicht mehr. Komm. Jetzt mach. Jetzt kann ich hier noch... Was, was? Hui. Was soll der, Müll? Ich glaub, das hat mehr Sinn, wenn wir, ähm, kann ich hier schon... Lass uns mal zurückfliegen und gucken, ob wir hier, ähm, Dings können. Ähm, mit dem, äh... Ach so, ich hoffe mal, das hat man jetzt nicht gehört. Ne, was, 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 so wie jetzt... Ja, äh, Eltern und so. Ach so, okay. Ähm, wir fahren noch mal zurück und ich hoffe mal, dass wir dann, ähm... Äh, äh, die Hunde, die Hunde können auch fliegen. Äh, klar. Ja, genau. Ey, es ist irgendwie, der Sound jetzt bei mir hin. Hä? Sound, äh, hier? Ja, und es ruckelt. So, ganz auf hier. So, ähm, ich will mal gucken. Ein Flight-Transporter. Flight-Transporter. Und ich hoffe mal, dass Tollbass Village da näher dran ist. Deswegen fliegen wir da mal einfach hin. Wohin, wohin, wer? Tollbass Village oder Tollbass Dorf wahrscheinlich. Tollbass Dorf. Äh, Flugtransport. Genau. Den benutzen wir. Äh, äh, Tollbass, Tollbass, Tollbass. Oh, und es ruckelt richtig schön. Es ruckelt, ich weiß, dass es ruckelt. Oh, ruckelt mit dem Arsch. Ne, 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 das Wackeln, nicht ruckeln. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ah, Gott. Ja, Tollbass Nordwald entdeckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Tollbass Südwald entdeckt. Oh mein Gott. Ja. Mir fehlt mein Soundboard. Mach es weg. Es nervt. Ähm. Ich weiß es nicht. Das sagst du nur so. Ja, das sag ich auch einfach nur so. Ja, äh, eigentlich meinst du das gar nicht ernst. Doch, mein ich. Boah. Komm hierher. Antanzön. Ich spresse, äh, lesbe. Das war mit dem geilen Arsch, sagt, dass du hier antanzen sollst. Ja, komm jetzt so jetzt. So, nimm mal hier mal an. Ich geh jetzt mal hier zur Hauptquest. Und, äh, hier so, äh, Cutscene. Belboers Farm und so, was auch immer. Und ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich den Ingame-Sound zu leise habe. Deswegen mach ich jetzt gleich nochmal eine, äh, Dings. Eine Aufnahmepause. Moment. Also, ähm. Das ist jetzt. Ja. Bis gleich. Schweinerei hier, ey. Das schaltet sich ja einfach aus und so. Ähm. Keine Gnade. Ja, ehrlich. Das geht gar nicht. So, ähm, wir wollen mal... Sag doch Hauptquest von Leto. Äh, kann ich nicht? Du, du, du willst nicht so gleiten? Ah, doch willst du. Ich sag doch, das, das, das willst du doch auch. Gib's zu. Gib's zu. Gleiten. Ja, hier so, äh, gleiten, ne? Also, ähm, nicht, nicht hier mit deinem Gleitgel, sowas, äh, und, äh, was auch immer, mein ich nicht. Nein, 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 nur nicht. Ich meine, hui, schön. Ähm, ne? Was ist das hier? Betuarlog. Wo bist du, dreh ich hin? Ich, ich bin hier, ähm, guck auf ne Karte, verdammt. Ja, ich... Nach Belboas, äh, farm, äh, müssen wir auch nicht. Ich mach jetzt, äh, ne, was, was machst du? Okay, wie konntest du jetzt fliegen? Ne, das, das ist nur gleiten, da musst du springen und so, und dann, ne? Ja, springen und so, ja. Boom. Ah, jetzt geht's, jetzt geht's nicht mehr. Ja, ja, das, das ist, das ist nicht lange, das ist nur quasi, um ein bisschen einen Moment schneller zu sein und so, ne? Ja, ganz toll, ganz, ganz toll. Level up. Warum? Die will ich haben. Schnell dir, äh, der, der, der gleitet hier vor sich hin, ja? Und ich, ich, ich muss hier antanzen. Ich, ich, ich werde von einem unsichtbaren Gegner angegriffen, hallo? Ja, von einem unsichtbaren Gegner, also deine imaginären Freunde, die geben mir am Arsch vorbei. Ja, ist, ne? Schlimm. Egal, ich, ich mach jetzt mal den hier als nächstes. Ich muss erst noch warten, bis ich unsichtbar machen kann, na toll, egal. Scheiß doch auf, ich schieße mir den Pfeil. Ja, gut, das, äh, mach mal. Das ist ja sowieso hier so, äh, Pfeil, äh, schießen und so, ne? Hast du da eigentlich jetzt irgendwelche schönen Skills für oder so? Äh, nö. Äh, toll. Ganz toll. Naja, eigentlich nicht, ne? Doch. Äh, nö. Ähm, ich geh mal, mach mal, ne, mach ich den hier, nein. Machst du nicht. Äh, lol, Peon? Wer hat jetzt alles Warcraft gespielt? Hä? Peon, das sind, äh, Orks, die arbeiten da quasi und so, ne? Na gut, wenn du es nicht gespielt hast, dann, äh, kannst du es nicht wissen, ne? Ja, was weiß ich, äh, wer? Ich rede von Warcraft 3. Ah, okay, ja, das tut mir. Nee. Ja, das, damals war Warcraft noch geil, ne? Ja, bist du ja noch Warcraft-Karte. Nein, Warcraft ist ein ganz tolles Spiel, ja, also. Du willst bloß keine Hater haben, oder? Nee, ähm. Weißt du, ich hab ja selbst, hab ich eine Zeit lang, äh, WoW gespielt. Aber ehrlich gesagt ist, ist mir das dann zu teuer geworden mit den monatlichen Gebühren. Also an sich ist es ein ganz nettes, äh, Online-Spiel, ne? Aber das ist einfach meiner Meinung nach zu teuer. Und ich glaube auch nicht, dass sie, äh, lange Zukunft haben. Mit dem, äh, Online, äh, so halt, ne? Wisst schon. Äh, was ist das? Temple Guard, West, na, Platte kann ich nicht tragen. Nee, scheißegal, ich passe. Ich guck nochmal. Die will ich auch nicht. Ja, das, das sehen wir dann nicht. Ich guck mal gerade, wann ich das hier, äh, ab Level 12, ist das okay? Dann zieh ich die mal gleich an, ne? Was? Hier, äh, Handschuhe und so. Handschuhe? Schön, ja. Schön. Hier sieht es so episch aus, bei mir nicht. Äh, ich, ich kann auch meine Titten vorstrecken, quasi, ne? Ist halt so, ne? Ich bin pervers, ja, sag das doch nicht. Ja, ich, ich sag nicht, dass du pervers bist, ich geb es zu. Dass du pervers bist, ja, also. Ja, ehrlich gesagt, was gefällt dir jetzt lieber? Guckst du lieber, äh, bei deinem Online-Spiel irgendein Mann auf den Arsch oder eine Frau? Hä? Jetzt meinst, ernsthaft. Ehrlich gesagt, finde ich, ähm, bei dem Spiel ist es ja sowieso, du kannst dir den Charakter quasi so erstellen, ne? Wie du willst, ne? Ja, also, da kannst du die Größe der, ähm, äh, der Titis und Tortus, ja, der, der Titis und Tortus. Ja, ja, die, die, die kann man so, äh, bestimmen und so, das ist, das ist gut. Die Breite des Loches kann man auch bestimmen, ja? Ne, das, das weiß ich nicht. Das wäre natürlich auch optimal, ne? So, das Belt, was, was, was kann ich da mit? Magic Resist, äh, das will ich gar nicht haben. Oder, ne, doch, das will ich haben, das hat, äh, gute Dings. Ha! Ah, na toll. Kannst du meinen alten Gürtel haben, der, 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 scheißegal. Ne, ich, ich hab noch den, äh, Green Belt Dings und so, ne? Den hab ich noch rumfliegen irgendwo. Boah, der meint, der muss hier ja so ausrasten hier, schnauft hier so wie Sau. Ja. Tropical Sword, interessant. Yeah, ich hab nen neuen Gürtel. So wie viel braucht man noch? Sex? Und ich kann, glaube ich, irgendeinen Helm oder sowas aufsetzen. Will ich das überhaupt machen? Nein, das willst du nicht. Den sieht man gar nicht. Warte mal, ich will jetzt sehen, wie der aussieht. Warte mal. Wahrscheinlich ist das irgendwo unter... Optionen. Nein, 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 nicht quitt. Bist du bescheuert, ey. Warte, wo ist es? Wo ist es denn? Wo ist es? Ich will meinen Hut sehen, oder was das ist. Wo bist du eigentlich? Helmet. Schau. Okay. Angeblich habe ich ja jetzt einen Helm auf, aber irgendwie sehe ich den nicht. Ist doch gut so. Ja, wahrscheinlich. Geh jetzt mal auf hier. Ach, stopp, der ist nicht buff. Oh, jetzt muss ich nie sehen. Pack ich den mal hier unten rein. Und du wirst ja voll von einem Peon, ne? Aber gut, ich kümmere mich da mal drum. Komm, greif an. Na, fertig. Ja, so, jetzt bist du dran. Ja, echt mal, los, stirb. Einfach so von hinten, ja, komm. Echt mal, geht gar nicht. So. Geht gar nicht. Tropical Tome, was ist das? Das ist ein Spellbook für... Ja, das kann ich eh nicht. Ja, eben. Ich will Geld. Geld, 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 Geld. Geld geil! Ja, meinetwegen, ich bin Geld geil, ist mir egal. Ja, sowieso. Ja, ja, mein, meinetwegen. Genau dein Ding, ja. Ja, eben. Ja, und jetzt, warte mal. Alle, jetzt, jetzt könnt ihr alle noch das Video gut bewerten. Ja, geht bitte allen Daumen nach oben. Ja, alle, alle. Ja, 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 mach das mal, ne? Ja, genau. Und schön favorisieren, ja, und unsere beiden Kanäle abonnieren, ja. Am besten folgt ihr uns noch auf Facebook, Twitter und, äh... Ja, äh, mir auf Twitter, ja. Der, der, der kann mir, weiß ich nicht, was der hat. Ich hab für meine, äh, Abonnenten so Twitter und so mäßig gar nicht. Ehrlich gesagt. Ja, äh, ich hab so Twitter, ja. Könnt ihr mir natürlich gerne folgen. Du hast Twitter? Ernsthaft? Ja, ich hab wirklich Twitter. Ich hab sogar drei Follower. Wow. Wow. Jetzt kann ich die alle nochmal hier, äh, droppen und so, damit ich hier, äh, mehr Geld krieg und so. Geil. Ja, und jetzt alle abonnieren, weil er den Gegner droppt. Bitte, bitte. Ja, genau. Macht euch doch 100 Accounts und abonnieren uns alle. Ehrlich gesagt will ich das gar nicht. Ich auch nicht. So, her zu Twitter ist der immer. Ja, und abonnieren unsere sechs anderen Kanäle, ja. Genau, die uns alle rein gar nichts bringen, ne? Ja. Vor allem, weil wir auch alle nur einen Kanal haben irgendwie. Was ist das hier? Kriegshammer. Ich will kein Kanal. Will ich nicht. Kannst du sowieso nicht. Das will ich auch nicht. Ich bin Geldgeil. Ja. Meinetwegen, dann ist das halt so, ne? Kann ich jetzt noch ein Schwert verwenden ab Stufe 13? Oh, fieee. Fuh. Tja. Fuh. Ja, die Quest ist halt erst ab Level 13, ne? Von daher, äh, ne? Ah, ja. Kann das halt gerne so sein und so, ne? Äh, nicht. Wir sind jetzt hier nochmal, äh, Diebe, 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 Diebe. Da ist einer. Ich hab ja noch einen. Ich hab hier auch gerade einen im Auge. Haha. Okay. Tja. Irgendwie ist aber mein, äh, Dings da. Mein Charakter total overpowered. Ich meine, ich hab übel viel HP jetzt. Ja, aber warum? Also, ähm, stimmt, das, das hab ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich hab ja meinen, äh, Charakter letztens irgendwann offscreen, hab ich den, ein bisschen mit den Mana Stone aufwerten lassen. Moment mal, kann ich mal ungefähr zeigen. Hier mal im Schnelldurchlauf. Da. Da. Das okay, noch nicht. Da ist was. Hier ist was. Hier ist was. Da, ja, okay, da ist noch nichts, weil den hab ich erst seit letztem Part. Hier, die hatte ich, glaub ich, gezeigt. Und auf dem Bogen ist gar nichts, okay. Also, wer sich das jetzt alles, äh, angucken will und Tipps geben will, der, äh, kann sich die jetzt alle mal eben kurz pausieren und dann einmal angucken. Und deswegen gebt jetzt alle einen Daumen nach oben. Genau, wieso nicht? So. Und da haben wir noch einen. Stirb. Das war, glaub ich, mal ein Herr Tutorial-Style jetzt hier so. Stirb, Weib, ich bin schöner als du. Und hat ne geile Arsch, vergiss das nicht. Genau. Ja, aber das, das, äh, zählt unter, äh, schöner und so, ne? Ja, okay, stimmt. So, äh, wo bist du? Weil ich hab die Quest fertig. Hast du fertig? Ja, ich brauch noch zwei. Ja, gut, dann, äh, ne? Tu ich mal, äh, Pumpkins hier so, äh, ne? Tue ich mal geben hier? Ne, willst du nicht, okay. Was für Pumpkins? Ja, ich wollte jetzt eigentlich die hier irgendwie so, äh, aufsammeln und so, aber das... Meiner hat es nur im Kopf, wenn der diese Kürbisse hier sieht. Macht meiner auch, oder? Aufsammeln. Ja. Deine Böck, wir haben die... Böck dich. Böck dich, kleine Böck dich. Oh, Mann. Eigentlich hätten wir auch ein bisschen, ähm, das Sammeln, äh, lernen sollen. Vielleicht müssen wir da mal irgendwie ein Part oder sowas machen, indem wir das, äh, aufleveln und sowas. Wäre zumindest eine Idee, ne? Und meine, meine, meine beiden Schwester leuchten zu schön. Ja, dafür ist das, äh, doof, ne? Und so. Ja, äh, scheiße. Ey, da werden wir mal irgendwann ein Part finden oder sowas. So, diesmal mache ich auch Rolldice. Ey, sag mal! Wieso würfelst du? Ich meine, du willst das Ding doch eh nicht haben. Du hast den doch schon. Nee, eben nicht. Natürlich, du hast doch eben... Nein, 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 lass mich, lass mich! Ich würde aber auch sagen, ähm, da wir sowieso nur beide in der Gruppe sind, das war jetzt immer, äh, Dice-Wall und fällt mir gerade so als Idee ein. Weil, ähm, wenn wir, äh, hier Dings machen, ne, dann bleibt das jeweilige Teil, ne? Wenn wir beide auf passen machen, dann bleibt das da in dem Inventar von den Biestern. Okay, warte mal. So, ähm, Gürtel des Soldaten. Was ist das? Das will ich. Okay, dann bekommst du das. Äh, Schuhe. Kannst du ja haben. Ja. Ach, okay, Moment. Ja, so, äh, äh, Handeln. Ja, ja. Da hast du den Gürtel. Okay. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ja, bitteschön. Soulbinden. Okay. Mana-Trank mache ich mal weg, den brauche ich nämlich nicht. So, Bogen-Action. Und nochmal den hier. Ja, ich will Soulbinden, richtig. Und wie sehen die aus? Ja, auch ganz nett. Ist, ist ganz in Ordnung alles. So. Will aber ein neues Top immer noch quasi so, ne? Ja, du, ich weiß, was du willst. Du willst nur ein Bikini. Ja, das, das hatten wir ja im letzten Part schon, ne? Ja, trotzdem. Ist, 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 ja, ist richtig. Ich, 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 ich mein... Ist ja auch so, mein... Ist die Wahrheit. Ich meine, warum soll ich jetzt lügen? Ich helfe, ich helfe. Okay, jetzt nicht mehr. So. Den kann ich droppen. Da will ich Geld. So. Äh, ich bin fertig. Gut, dann, äh, gehen wir noch zurück in die Stadt, ne? Und dann, äh, würde ich sagen, ähm, Wall Dice, ne? Und, ähm, yeah, egal. Weil, ne, ich, ich, ich kann gerade nicht... Ah, scheiße, ich muss Zeug verkaufen, dringend. Ja, ich auch noch. Dann würde ich sagen, gehen wir noch in die Stadt, ne? Ähm, ignorieren die Mobs, die uns verfolgen. Ach, ich, ich hab wohl nen Dings, ich hab wohl was, äh, am Kopf hier so irgendwie. Ich hab so ein komisches... Wie so ein Stirnband, bloß so aus Metall und so, sehe ich gerade. Sieht man hier unten in dem, ähm, Dings. Ja, äh, ich weiß das nicht, ich, 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 ich sehe deine Aufnahme nicht. Ja, das, das siehst du dann später. Ähm, ja, wir gehen jetzt eben noch in die Stadt, geben die Quest einmal ab und dann, äh, gehen wir offscreen einmal zurück nach Veteron, äh, lagern unser Zeug ein und verkaufen und so und dann, äh... Geben ich wieder. Genau. Würde ich sagen. Also ich, ich, äh, geb dir mal noch einen Tipp. Du hast ja auch wahrscheinlich endlos viele Mana-Steine. Die packen wir alle nachher in... Higgs? Ins Lager und so. Weil die können wir zwar gebrauchen, aber, ne? Ja. Gut. Äh, hier, Abolos. Abolod. Heil Lord Abolod. Ja. So, defeat Kavl the Lephorus Revolutionaries. Lephorus, das ist ein Anführer. Ja. So. Ja, komm. Aber meiner fliegt nicht hoch. Wo bist du? Ich suche dich. Beziehungsweise wir, wir bannen, wir bannen diesen Part jetzt hier, ne? Also wir sehen uns das nächste Mal bei Aion. Dann wieder bei Dante. Tschööö.